Später, nach der Wende, sind Sie aus der Kirche ausgetreten. Aus welchem Anlass, was war der Grund, warum Sie aus der Kirche ausgetreten sind? Ja, Anfang 1990 war im Fernsehen zu sehen, Erich Honecker ist verhaftet worden, was man ja eigentlich nur begrüßen konnte. Aber ich kann mich heute nicht mehr erinnern, wie lange Honecker da in Haft war. Man hat ihn wieder freigelassen und er hatte plötzlich keine Bleibe mehr. Nach Wandlitz konnte er wohl nicht zurück. Dann hatte man irgendein Schloss oder ein Erholungsheim ausgesucht, da hat sich die Bevölkerung gewehrt. Und dann kam Herr Honecker nach Lobetal in eine Behindertenanstalt und wurde dort aufgenommen. Und das hat mich eigentlich so ergrimmt, dass für mich klar war, hierfür zahlst du keine Kirchensteuern. Zumal von Seiten der evangelischen Kirche ich sehr viele kannte, die eigentlich auch unter dem Regime zu leiden hatten. Und zwar schon von Anfang an, weil ihre Eltern kirchlich waren oder weil sie selbst in einer jungen Gemeinde waren oder irgendwelche Aktivitäten im Umweltschutz entwickelt hatten. Und das war für mich völlig unverständlich. Was hatten Sie dagegen, dass diesem Mann Schutz gewährt wird in einer Situation, wo offensichtlich der Volkszorn hochgekocht ist? Ich muss Ihnen sagen, ich hatte schon gar kein Verständnis dafür, dass er freigelassen wurde. Ich hatte nicht den Eindruck, ich bin kein Mediziner, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er in einer Verfassung war, die ihm nicht erlaubte, in einem bundesrepublikanischen Untersuchungsgefängnis zu bleiben. Denn da waren die Verhältnisse ja wesentlich andere als die, die wir erfahren haben. Es hätte ihn niemand in so ein dunkles Loch gesteckt und er hätte da nicht auf irgendeiner Pritsche liegen müssen und warten müssen, ob er dann irgendwann mal sich äußern darf oder nicht. Wobei das ein Thema ist, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen.